Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Mein Name ist Christian Kaspari und hier bekommst du Tipps, um deinen Nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. In der letzten Folge mit Jochen, da ging es ja um den Weg der kleinen Schritte und heute wollen wir uns anschauen, was das für unsere Beziehung bedeutet, wie du diese Woche ganz konkret ans Thema Alltagsmission herangehen kannst. Rodney Stark stellt in seinem Buch The Rise of Christianity, der Aufstieg des Christentums fest, die hauptsächliche Ursache der Verbreitung des Christentums war, dass sich die wachsende Anzahl von Christen mit vereinten Kräften bemühte, ihre Freunde, Verwandten, Nachbarn einzuladen und ihnen das Evangelium mitzuteilen. Aber in den ersten drei Jahrhunderten nach dem Beginn des Christentums wurde der Dienst im Reich Gottes eher so ein Ding für Profis. Schon bald gab es immer mehr kirchliche Ämter wie Bischöfe, Priester, Diakone, der professionelle Klerus, der übernahm die Verantwortung des evangelistischen Dienstes. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in deiner Gemeinde, aber auch heute ist es in den Gemeinden häufig so, dass man kaum ermutigt wird zum strategischen Dienst als Alltagsmissionar. Nur wenige sagen dir, bleib dran, verbring deine Zeit mit deinen ungläubigen Freunden, wir stehen voll hinter dir, wir beten für dich. Und oft ist es ja so, dass jemand zum Glauben kommt und dann sein Beziehungsnetz, in dem er bis dahin gelebt hat, irgendwie verlässt. Er lässt die Leute hinter sich, mit denen er früher viel Zeit verbracht hat und oft wird er dann dazu ermutigt von den Gemeinden auch. Manchmal kann das sinnvoll sein, wenn zum Beispiel jemand irgendwie aus dem Drogenmilieu kommt oder so, dann ist es gut, ja eine klare Linie zu ziehen. Aber in der Regel sind die Menschen, die dich als frischbekehrten von früher kennen und auch deinen Wandel miterlebt haben, ja prädestiniert für deine Alltagsmission. Kaum einer sieht dein Vorher-Nachher so deutlich und fragt nach der Ursache. Das ist dein Wirkungsfeld und hier hast du wunderbare Möglichkeiten. Und nun zu meinem Tipp für diese Folge. Du kannst nicht mit jedem gleichermaßen intensive Beziehungen pflegen. Deine Zeit und deine Kraft, ja die ist begrenzt. Es wird schwer, bis unmöglich 20 intensive Beziehungen zu pflegen und du willst auch keine 20 oberflächlichen Beziehungen haben. Wir müssen uns also darüber klar werden, in wen wir ganz bewusst investieren wollen, um ihn oder sie einen Schritt näher zu Jesus zu bringen und den Weg der kleinen Schritte ja zu gehen. Wie sieht das praktisch aus? Der erste Schritt könnte sein, analysiere dein Beziehungsnetz. Überleg mal, wen du denn überhaupt kennst und mit wem du bereits einen engeren Kontakt hast. Von Freunden, ja Verwandten, Arbeitskollegen, Nachbarn. Gerade mit den Arbeitskollegen verbringen wir ja jede Woche 30, 40 Stunden. Von wem weißt du, dass sie Christus noch nicht kennen? Wer von ihnen zeigt offenes Interesse am Glauben? Oder bei wem könntest du dir vorstellen, dass eine tiefere Beziehung auch zu tieferen Gesprächen führen könnte? Zweitens, mach dir eine Liste. Nimm dir ein Blatt, mach eine Liste mit fünf Spalten, ja Familie, Bekannte, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen und schreib dir dein Beziehungsnetzwerk einmal auf. Notiere dir auch ein paar Stichpunkte zu jeder Person, wie zum Beispiel wie die Person in Bezug zu deinem Anliegen, wie du die einschätzt, ja wie offen ist er oder sie für das Evangelium? Konntest du schon mal mit ihr über den Glauben sprechen? So Notizen kannst du dazu machen und so behältst du einerseits leichter den Überblick und andererseits kommst du etwas weg von dem theoretischen Nachdenken darüber, kriegst das geordnet. Immerhin geht es ja hier um eine reale Person aus deinem Leben und je bewusster du dich damit beschäftigst, ob sie Jesus kennen, desto ernster und ehrlicher wird dein, wie soll ich sagen, dein Anliegen auch für sie werden. Und diese Liste wird dein treuer Begleiter. Übrigens auch wunderbar geeignet, um regelmäßig für die Menschen zu beten. Ich habe die einfach immer dabei. Die ist in meinem Notizblock, in meinem Terminplaner drin und in meiner Bibel. Ja drittens fokussiere dich und schau dir die Liste derer, die potenziell für den Glauben offen werden, genauer an. Suche dir einige wenige Personen heraus oder bitte Gott, dir jemanden bestimmten aufs Herz zu legen und vielleicht gehört diese Person letztlich gar nicht zu denen auf der Liste. Aber das ist okay. Ja, da darfst du Gott vertrauen. Er weiß viel eher, wer wirklich auf der Suche nach ihm ist. Aber such dir zwei bis vier Personen maximal raus, nicht mehr. Und fang an, Konsequenz für sie zu beten. Und wenn du die Beziehung mit ihnen pflegst, dann schreib dir auf, was sie dir erzählt haben. Bete dafür. Ja, frag nach. Das ist total wichtig, denn also mir geht es so, dass ich das oft schnell vergesse. Warte mal, mit dem habe ich mich vor drei Wochen gewohnt. Woran haben wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen? Deswegen mach dir direkt danach Notizen, auch wiederum auf deinen Zettel oder dein Notizbuch zu der Person. Da kannst du auch beim nächsten Mal sehr gut daran anknüpfen. Fokussier dich wirklich auf einige wenige. Lieber weniger und dafür qualitative Anteilnahme und Beziehung als viele. Und du betest irgendwie nur zweimal und vergisst sie dann wieder. Oder bist nicht ehrlich bei der Sache. Also versuch dich echt regelmäßig mit ihnen zu treffen. Vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Je häufiger ihr euch trefft, desto leichter wird es, an ihrem Leben Anteil zu nehmen. Echtes Interesse zu zeigen. Vertrauen aufzubauen. Und du wirst immer besser verstehen, was sie bewegt und wie du ihnen ja ein echter, vertrauter Freund sein kannst. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt. Überlege den nächsten Schritt. Überlege, was der nächste Schritt sein könnte. Wo du anknüpfen kannst. Schreib dir auf, was diese Menschen beschäftigt. Welche Fragen sie haben. Auch was du ihnen schon erzählt hast. Habe ich dir eben schon gesagt. Ja. Frag später nach, ob sie darüber nachgedacht haben. Vielleicht auch gerade, wenn du vielleicht eine Aufgabe zum Nachdenken gegeben hast. Stelle Nachfragen zu ihren Überzeugungen, ihrem Leben. Stelle Fragen und höre wirklich zu. Lerne verstehen, warum sie glauben, was sie glauben. Überlege, ob du regelmäßige Treffen vereinbaren kannst. Einen Telefontermin, gemeinsamen Spaziergang, gemeinsam ausgeübtes Hobby. Suche sowohl geistlich als auch zwischenmenschlich nach Anknüpfungspunkten. Probier das doch mal gleich diese Woche aus. Und lass uns wissen, was deine Erfahrungen dabei sind. Schreib mir gerne an machbar.heukelbach.org. Bin voll gespannt von dir zu hören. Für jede Einsendung gibt es übrigens ein ganz nützliches Machbar-Giveaway. Lass dich überraschen. So viel verrate ich. Mehr nicht. Ja, sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich natürlich über eine Rezension riesig freuen. Fünf Sterne. Besonders, ja. Das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft uns, die Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du uns auf YouTube schaust, dann klick am besten auf die Glocke. So verpasst du keine neue Folge mehr. Bleib also unbedingt dran, um gemeinsam zu entdecken, wie wir als Alltagsmissionare wirkungsvoller werden können. Nah an Gott und nah an den Menschen. Dank dir fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.